Herzlich Willkommen Freunde der gepflegten Unterhaltung, heute zu einer weiteren Ausgabe meiner Game of Thrones Recap Serie. Heute, ja, heute das letzte Mal für dieses Jahr. Es dreht sich alles um die neue Folge und auch das Finale Wins of Winter. Natürlich Spoiler-Warnung an alle, die die Folge bisher noch nicht gesehen haben oder generell noch nicht so weit in Game of Thrones sind. Jetzt könnt ihr euch es ja ganz gemütlich machen, die Staffel ist raus, es ist vorbei und das alles nochmal angucken. Und wenn ihr gerne noch nicht so weit seid, die Serie bis jetzt mal nachholen. Ihr habt jetzt ein Jahr Zeit. Macht das mal super gut. Okay, ansonsten, ja, Finale. Ich muss sagen, puh, was für eine Folge. Ich war, ähm, also einmal standen wir, vielleicht wird sich der eine oder andere schon denken können, der Arya-Moment, da stand mir echt der Mund offen, aber da komme ich dann gleich nochmal zu. Irgendwie ich war so völlig so, oh shit, aber jetzt nicht im negativen Sinne, sondern halt, ähm, positiv. Ich hatte einige Gänsehaut-Momente, aber einen, der ganz besonders hervorgestochen ist. Es war, finde ich, eine sehr geile Final-Folge, ähm, ja, also ich würde jetzt einfach mal sagen, wir fangen an mit der ersten großen Story-Arc in King's Landing. Cersei steht vor ihrem Trial, ähm, ja, Loras kommt zum Trial, er steht seine Sünden dann ein und kriegt dann sogar noch hier dieses, ähm, Zeichen der Seven in die Stirn geritzt und generell alles ziemlich krass, er entsagt seinem Namen und so weiter und so fort, was natürlich Marjorie und allen anderen Tyrells nicht so gut gefällt, aber wir wissen, war das dann im Endeffekt eh egal, denn, wie ich es bereits, äh, ja, ein bisschen prediktet habe, es war jetzt nicht die krasseste Prediction ever, aber ich hab's halt wirklich auch vermutet, ähm, ist es tatsächlich dazu gekommen und für mich war es ab dem Moment klar, ähm, was passiert da, als, äh, Cersei den Zombie-Mountain zu Tommen geschickt hat und ihn davon abgehalten hat, ähm, ja, quasi in die High-Sept zu gehen und, äh, bei dem Trial beizuwohnen, ähm, puh, und es war ja auch wirklich, also die Musik am Anfang, ja, das waren ja so auch so die ersten Szenen, es war ganz ruhige Klaviermusik und das fand ich irgendwie, das war ein sehr cooler Soundtrack, muss ich mir gleich auf jeden Fall nochmal so separiert anhören, generell sehr viele, sehr coole, äh, Stücke an Soundtrack in dieser Folge, mal wieder, also das haben sie diese Season besonders gut gemacht, muss ich sagen, also es gab natürlich auch früher immer schon geile Momente mit geilem Soundtrack, aber diese Season ist mir wirklich nochmal besonders aufgefallen, vor allem natürlich jetzt diese Folge und die letzte Folge Battle of the Bastards, wirklich ganz, 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 ganz großartig mit dem Soundtrack, ähm, ja, auch als Cersei dann später noch ihren, äh, Momente, aber da komme ich dann auch nochmal drauf, äh, ja, supergut, supergut, ähm, ja, Tommel wird davon abgehalten, quasi beizuwohnen und Margaery riecht dann schon so, hm, hier ist irgendwas nicht richtig, wir müssen die sofort alle abhauen, meint zum High-Spiral, der meint, ach, was, warum machen sie, macht ihr euch Sorgen, bla bla, überhaupt, und im Endeffekt werden, äh, Margaery und ganz viele andere, die dann einfach aus dem High-Sept rausgehen wollen, quasi wirklich auch von den High-Spiral, ähm, Fußsoldaten davon abgehalten und drin gehalten, was halt, äh, ja, nicht so geil ist, ähm, Dancer Lannister soll dann mit ein paar anderen High-Spiral-Leuten, äh, Cersei quasi, äh, bei Force, äh, holen und dann, weil sie halt nicht einfach so zum Trial kommt und, äh, der wird dann von noch von so einem Little Bird, von so einem Kind halt quasi irgendwo in die Dungeons von, äh, King's Landing geführt und generell wurde auch, äh, Grandmaster Pycelle, nämlich im Beisein von Qyburn von einigen, ja, Kindern, äh, erstochen, ja, und das fand ich auch, ja, aber ich find's, ganz ehrlich, mir ist, obwohl jetzt, äh, Cersei halt immer schon bitchy war und der quasi antagonistisch ihr gegenüber vor allem immer war, ich fand, der war immer ein Spast, also, jetzt mal ganz radikal gesagt, äh, Grandmaster Pycelle war immer, den mochte ich überhaupt nicht, ich fand den irgendwie einfach, nicht, nicht nervig, aber ich fand ihn einfach total unsupolisch, der war immer einfach, der hat sich irgendwo immer, wo es ihm gerade am besten gepasst hat, eingeschlichen, war nicht wirklich ein Meister, äh, der wirklich was drauf hatte irgendwie, so, ja, und allein immer diese Szenen, so, im Bett, äh, ist er der jüngste Hüpfer gefühlt und dann geht er aus dem Raum und plötzlich so alt und gebrechlich und all so ein dummer Scheiß, ähm, war ein Arschloch, ja, und deswegen find ich's okay, dass er jetzt draufgegangen ist, ungefähr, ähm, ja, aber Denzel, ne, verfolgt ihn dann in die tiefsten Dungeons und da ist dann das Wildfire und dann sind da so Kerzen in so ein bisschen Wildfire gestellt und wenn die halt abbrennen, boom, boom, und dann brennen sie ab und boom, ähm, ja, Sepp geht hoch mit Marjorie, mit Loris, mit dem, äh, ja, mit ihrem Vater quasi, mit, äh, dem High Sparrow und Denzel natürlich, der direkt an der Quelle des, äh, durch den, seine Augen haben wir quasi die Quelle des, äh, äh, Wildfires gesehen und der steht dann halt direkt daneben oder liegt direkt daneben, weil er noch, äh, verwundet wurde quasi von dem Kind, ähm, ziemlich krass, ja, muss man schon sagen und es war halt auch genau die Szene, die wir in Bran's Vision schon gesehen haben, sprich, wir wissen jetzt auch, dass Bran so ein bisschen zumindest wie sehr, keine Ahnung, aber so ein bisschen zumindest auch, äh, zwei, drei Szenen aus der Zukunft sehen kann, konnte und, ähm, krass auf jeden Fall, weil jetzt hat Cersei natürlich keine Gegner mehr in King's Landing, äh, später kommt auch Jaime wieder, als Cersei dann tatsächlich und das habe ich auch nicht direkt erwartet, oh ne, erstmal noch wichtig, Tommen, ja, Tommen bringt sich dann um, äh, der kann, kann dem Ganzen irgendwie nicht standhalten und springt dann aus dem Fenster, was auch sehr krass war, es war ohne Musik und so weiter und so fort, aber es war auch krass geschnitten, er steht so vor dem Fenster, guckt raus auf die, äh, auf die riesen Rauchwolke und überhaupt, ja, die Kamera bleibt fix quasi, bewegt sich nicht weiter aus dem Fenster, man sieht ihn aus dem Bild gehen, wie er sich die Krone abnimmt, dann kommt er wieder ins Bild und springt einfach aus dem Fenster, was natürlich auch so vielleicht so ein Throwback war zu Season 1, wo Bran runtergeschmissen wurde, aber Tommen ist nicht nur verwundet, er ist dann tot, ähm, ja, Cersei hat ja noch so ihren Pay-Off-Moment mit dieser, äh, ja, Dienerin des High Sparrow, beziehungsweise der Götter, ja, die dann da festgekettet liegt und dann schüttelt sie so Wein über sie und kommt fest dann ihr gegenüber irgendwie doch all ihre Sünden, wenn man so will und, äh, wie sie Robert getötet hat damals und all sowas, kommt dann nochmal vor, schüttelt Wein über sie und dann kommt Sommimau rein und dann wird sie erstmal gequält jetzt und, äh, dann irgendwann getötet, wenn Cersei meint, dass es richtig ist und während sie so rausgeht, Cersei aus diesem Kerker-Raum, meint sie noch so, shame, shame und, äh, naja, ja, und dann wird Cersei zur Königin gekrönt und, äh, da ist Jaime auch schon wieder da und der guckt sie so an, ich glaube, jetzt ist es vorbei. Jaime hat ja schon vorher so ein bisschen alles hinterfragt, glaube ich, auch wenn er es trotzdem getan hat, trotzdem ein Asshole war, so, ähm, aber ja, jetzt ist, glaube ich, vorbei, ähm, die werden sich dann noch ein bisschen betteln, ähm, ja, wer ist Cersei? Cersei töten wird, keine Ahnung, entweder Jaime, der ja vorher noch in Riverlands war und auch schon so ein bisschen gemeint hat, warum brauchen wir die Freys überhaupt, wenn die nicht mal hier Riverlands halten können und so und, äh, oder halt Arya, die tatsächlich, ich gehe jetzt einfach mal direkt drauf als nächstes ein, weil das jetzt gerade überleitungsmäßig passt, zurück in Westeros ist und zwar in einer Art, wie ich es überhaupt nicht erwartet habe, also wir sehen dann nochmal Jaime bei den Freys und dann ist er so eine, äh, ja, Cup Maiden, Cup Baron, ja, einer, die halt die Getränke einschüttet, ne, eine Bedienstete und die sieht man so da kurz rumlaufen, man denkt sich so, ja, läuft da halt rum, ne, fühlt man gut. Und später, äh, Szenen, nachdem Jaime und so weiter anscheinend auch schon wieder weggeritten sind, haben wir eine Szene, wo, ja, sie quasi, ähm, Walter Frey, ne, was einschüttet, Essen bringt und so weiter, ein Stück Kuchen und, ähm, ja, war schon ziemlich, also, ich muss das gerade erstmal alles so ein bisschen, ich saß da wirklich, hab mir gedacht, what the fuck is coming on, weil, ich mein, dann fragte er, ja, wo sind eigentlich meine Söne, die faulen, äh, Nichtsnutze, so ungefähr und, ähm, dann meinte ich so, ja, die sind doch bereits hier und vorher, übrigens noch so richtig dreckig, dieser Spaste, keine Ahnung, er ist so ein richtig ekelhafter Typ, aber gut, das war ja halt auch schon immer, haut ihr noch so auf den Arsch und so, keine Ahnung, das war halt, äh, 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 naja, ähm, dann, 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 wenn man denkt, so, das war eigentlich Arya, ist das halt noch stranger, egal, auf jeden Fall, stellt sich dann heraus, dass, das Arya ist und sie, die ganze Zeit meinte, ja, ihre Söhne sind doch hier und dann zeigt sie so auf den Kuchen und, ja, die sind halt im Kuchen dann und dann, das Letzte, was ihr sehen sollte, bevor ihr sterbt, ist das Lächeln eines Starks und dann kommt so, fuck, faceless man, shit und dann nimmt sie so die Maske irgendwie ab und dann, shit, das Arya und dann, tötet sie ihn, schnitzt ihm die Kehle auf, so, wie, ähm, auch, ähm, ihre Mutter, damals bei The Red Wedding, die Kehle aufgeschlitzt wurde und ich finde das geil, dass nicht Jamie Waterfrey getötet hat, sondern Arya, ähm, es gibt natürlich jetzt, einige sagen, boah, ist voll unlogisch, die kann doch nicht so schnell von Braavos nach Westeros und dann direkt sich da irgendwie, äh, also, schon, ganz ehrlich, wäre das jetzt doof, wir haben schon seit Season 1, ja, ähm, so unlogische Travel Time, wenn man das so nennen will, ja, allein auch als Catelyn nett hinterhergeritten ist nach King's Landing und so, das, pff, das ist alles so ein bisschen so, es ist so in so einem grauen Bereich, weil man ja nicht genau weiß, wie viel Zeit wann wo zwischen vergangen ist und ob das überhaupt alles absolut parallel spielt und so, ja, ähm, dementsprechend weiß ich nicht, also, wenn man sich darüber beschwert, das finde ich, ist so ein bisschen klein, äh, Haarspalterei, so, und, ähm, dementsprechend, ja, also, sie dürfen es jetzt natürlich auch nicht zu weit treiben, aber ich finde, das war noch voll im Rahmen und so ein bisschen, äh, dass da alles zurechtlegen ist, in dem Sinne jetzt noch okay gewesen und ich fand, es war einfach ein krasser Moment und, ähm, ja, bin mal gespannt, also, ich, ich, ich saß da wirklich mit offenem Mund irgendwie so, äh, 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 war krass und, äh, ja, dementsprechend, ich hab mich ja gefragt, ob wir Arya nochmal sehen, wie sie vielleicht jetzt auf dem Schiff rumdümpelt, so wie damals, was ich noch war, nö, sie ist jetzt, sie ist jetzt einfach, äh, hat das Frey Revenge, ja, und das habe ich mir ja auch aufgeschrieben, ich mache mir immer so ein paar Notizen, so, Frey Revenge at last, einfach nur, naja, egal, ähm, gut, gut, ähm, ja, weiter, kurz kann man erwähnen, Sam und Gilly kommen endlich in O-Charm oder in der Citadel an und sieht die einfach dann auch so eine kurze Kutsche aussteigen von so einem Wagen abspringen und das finde ich auch mal ganz nett, dass die so eine einfache Reise oder relativ einfach natürlich gehabt haben und nicht irgendwie da noch Shit abging, so, sondern die sind jetzt da, dann kommen sie rein, das war noch so ein bisschen Pseudo-Comedy-mäßig, als dieser Meister, der da quasi so verwaltungsmäßig alleine in dieser Halle sitzt, ähm, so ein riesen Brillending auf hat und seine Sachen da liest und, äh, so seine Hand hinhält, sie ihm aber nicht weiter entgegenstreckt, als Sam den Brief von Jon rausholt und so weiter und so fort und dann meint, hey, wir haben gar keine Nachricht darüber, dass Jon Snow Commander der Night's Watch ist, wie unser letzter eingetragener Commander der Night's Watch ist, äh, hier Mormont und so, ne, und dann so, ja, wir hatten keine Zeit, euch das mitzuteilen, bla bla, äh, naja, auf jeden Fall muss Sam in der nächsten Season wohl noch ein bisschen mit dem Meistern da dealen, dass er jetzt wirklich die Ausbildung machen kann, aber fürs Erste wird er in die Bibliothek gelassen und die ist einfach riesig, man hat auch vorher den Turm quasi schon von außen gesehen und es ist einfach krass, da ist echt viel, ja, viel an Wissen, aber es war halt auch so ein bisschen, es war so ein, so ein, so ein krasser, keine Ahnung, es war so ein, nicht ganz Game of Thrones mäßiger Moment, muss man sagen, aber es war irgendwie hat doch trotzdem gepasst, der da reinkommt, dann so, the knowledge of the world, ja, und alles so voll, haben das ganze Wissen der Welt so gefühlt und, äh, ja, eher fast am Heulen, weil es einfach so krass ist und überhaupt, aber gut, äh, ja, Sam und Gilly müssen halt irgendwie jetzt in Old Town bleiben, aber gut, das wurde dann auch nicht weiter gezeigt, aber ich bin mal gespannt, ob er dann da irgendwie mit Raven, Ravens einen, ja, krassen Moment, äh, da noch, also, äh, einen Weg findet, mit Jon dann zu kommunizieren und überhaupt, ne, weil, wenn er jetzt zum Beispiel einen Weg findet, wie man Wildfire herstellen kann, was man gegen die White Walker einsetzen kann, hm, man weiß es nicht, wir werden sehen, ähm, ja, weiter mache ich jetzt einfach mal mit Winterfell, ähm, ja, erste Szene, ne, Jon steht quasi im, im, ja, Hauptsaal, im Speisesaal, im Thronsaal kann man ja nicht sagen, so ganz, von Winterfell, mit Melisandre, dann kommt Davos rein, adressiert das Problem, was, äh, also, ne, mit Shireen und so weiter und so fort und letzten Endes schicken sie Melisandre tatsächlich fort, ähm, und ich meine, wenn sie zurückkommt, wird sie Wien gerichtet, ähm, sie reitet auch dann auch davon, ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt in der nächsten Season, ähm, ja, irgendwie mit dem Hound zusammenkommen, weil ich glaube nicht, dass sie jetzt einfach weg ist, ja, so, einfach so nicht mehr vorkommt, ich glaube, ich kann mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass sie mit dem Hound jetzt irgendwie da gemeinsam dann irgendwie, was weiß ich, ne, weil am Start ist, oder irgendwie sowas, wir werden sehen, auf jeden Fall wird sie nochmal in irgendeiner Form vorkommen, ich bin gespannt, in welcher, ähm, ja, also ich bin mir da relativ sicher, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aber das Erste, was ich jetzt gesagt habe, war halt, dass sie vielleicht, äh, mit dem Hound da irgendwie, äh, und der Gruppe der Brotherhood Without Banner irgendwie nochmal zusammenführt, den wir übrigens nicht nochmal gesehen haben, ja, äh, ja, gut, ansonsten, äh, steht er dann mit Sansa oben auf dem, äh, auf der Mauer von Winterfell, es wird nochmal adressiert, wie ich es auch bereits dachte, dass Sansa quasi nicht gesagt hat, dass sie Littlefinger angeschrieben hat, angeschrieben so, hey, mal eine WhatsApp geschrieben so, hey, yo, was geht, kannst du mal rüberkommen mit deinen Leuten, ähm, und nach den Männern gefragt hat und so, ja, also John meint auch noch, dass sie eigentlich jetzt die Lady von Winterfell ist und so weiter und so fort, ähm, ja, dann würde aber noch, das war, das war ein Gänsehautmoment irgendwie für mich, so ein, das war ein kleiner, aber auf jeden Fall dann auch irgendwie war, fand ich das irgendwie episch, als dann gesagt wurde, ja, heute kam ein Rabe von so und so, aber es war ein weißer Rabe, ja, und dann einfach so, Winter ist hier, ne, weil im Winter sind die Raben anscheinend weiß, I don't fucking know, aber ja, ähm, ja, Winter ist hier, ja, Father always told us that this day would come und bla 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 bla, und das war halt einfach so, krass, ja, jetzt ist es, jetzt sind wir da, so, ne, always, die ganze Zeit gesagt, Winter is coming, ja, und jetzt, Winter ist hier, es ist, ja, naja, egal, ähm, dann noch ein Gespräch im Winterfell zwischen Sansa und Littlefinger, der jetzt tatsächlich irgendwie mal sagt, was er will, und ich glaube auch irgendwie, dass das wirklich das ist, er will auf dem Iron Throne, und er will mit Sansa dahin, also er will sie tatsächlich irgendwie heiraten, was ich irgendwie strange finde, er ist erstens mal so viel älter als sie, aber gut, das ist halt so, jetzt ist es in Game of Thrones jetzt nicht das, wo man sagt, wow, das ist aber komisch, das ist schon immer noch irgendwie seltsam, aber jetzt nicht so, aber keine Ahnung, er meinte immer, er liebt Catelyn damals und so, und jetzt hat er irgendwie so, ja, wenn Catelyn tot ist, nehme ich halt die Tochter, und dann so, okay, das ist weird, I guess, naja, egal, ähm, ja, ja, sie refused ihn dann, irgendwie, war schon wieder drauf und dran, sie zu küssen, was so damals schon strange, weil in Staffel 4 war das ja, glaube ich, ähm, aber gut, ähm, ich glaube, Littlefinger wird jetzt in Norden ein bisschen weiter für die Intrigen und für die, ähm, ja, für die Spannung und den Antagonismus sorgen, auch wenn er jetzt nicht unbedingt der Schwarz-Weiß-Antagonist sein wird, sondern halt eher so ein bisschen so, ah, Littlefinger, man weiß nicht so ganz, was mit ihm abgeht und überhaupt, ähm, ja, wir werden sehen, aber dann kam der krasse Gänsehaut-Moment später noch, ähm, nachdem wir nämlich, okay, ich muss doch kurz zu Bran übergehen, um das sinnvoll zu erklären, ähm, Banjin verlässt sie, weil er die Wall anscheinend, sie sind an der Wall angekommen, so, ähm, sie sind übrigens, ich glaube ich, an dem, ähm, an dem Baum, ähm, an dem Weirwood-Tree, wo Jon damals, äh, seinen Schwur der Night's Watch abgelegt hat, glaube ich zumindest, also, keine Ahnung, würde halt Sinn machen, sie sind an der Wall, sie sind an dem Weirwood-Tree, mhm, macht ja irgendwie Sinn, aber Banjin kann anscheinend, oder kann und oder will nicht auf die andere Seite der Mauer, ähm, und lässt sie deswegen alleine und will den Kampf weiter fortführen. Ich hoffe, er kommt nochmal vor, aber er war jetzt nur kurz da. Banjin ist cool, ja, ähm, naja, dann, ähm, gibt's endlich Tower of Joy. Es, ich hab ja letztes Mal gesagt, gefragt, gesagt, gefragt, in dem letzten Recap, äh, mich gefragt, wie explizit sie es machen, sie zeigen schon alles, sie zeigen Lihanna, wie sie da, äh, blutend vor, nach der Geburt eines Kindes im Bett liegt, ähm, sie zeigen das Kind, sie zeigen dann auch einen sehr expliziten Schnitt auf Jon Snow in einem Übergang, ja, dass man weiß, das ist auf jeden Fall Jon Snow und jetzt nicht irgendwie, weil es gab ja auch die Theorie, dass man schon meint, ja, das ist nicht Jon Snow da drin, das ist Daenerys und oder so, gut, ähm, ähm, es ist auf jeden Fall Jon Snow, aber zumindest kam nicht klar heraus, wer der Vater denn ist, ne? Ich mein, dass jetzt wahrscheinlich ist, dass es halt Rhaegar ist, so ungefähr, ist gut, aber trotzdem weiß der Zuschauer es jetzt noch nicht und deswegen war das halt so, hm, ja, er ist jetzt halt nicht zwingend Targaryen, ne? So, er ist halt nur nett, nicht der Vater, I guess. Ja, ähm, es ist, also es war nicht sehr explizit, ich halte es eigentlich trotzdem irgendwie so ziemlich für confirmed, ja, noch eher als es vorher war und so weiter, weil, ja, wer soll sonst und der Vater sein und überhaupt, ne? Ich mein, ähm, aber es ist nicht ganz explizit jetzt raus, weil sie flüstert nett dann noch so Sachen ins Ohr und so und ich denke, dass sie auch gesagt hat da, wer der Faller ist, beziehungsweise es ja irgendwie auch logisch ist, aber es wurde nicht nochmal so mit, äh, nicht nochmal so mal so, hier, das ist Jon Snow und Jon Snow ist das Kind jetzt von Rhaegar und Lihanna und ist deswegen einfach der krasseste überhaupt, so ungefähr. Ja, aber gut, es wurde dann halt in dieser Transition auf Jon geschnitten und dann sind sie mit den ganzen Leuten oder den ganzen Lords des Nordens wieder in Winterfell unterwegs, dann, ähm, ja, meint Lihanna Mormund, ja, saves the day und meint, dass der Norden sich doch erinnern sollte und überhaupt the North remembers und dann, dann war einfach dieser geile Moment, ja, ich fand den ja damals mit Rob schon cool, aber dann dieser, einfach dieser geile Moment, jetzt ist Jon Snow the White Wolf und wird wieder deklärt als King in the North und das war einfach so geil, ich kam da einfach nicht drauf klar, ich war so, so richtig, ah, ja, ja, let's fucking go. Ich war einfach, äh, drin, hatte Bock und das war super gut und, äh, ja, hatte sehr viel Gänsehaut. Ähm, ja, das war so, weil das und, ähm, der Soundtrack war da auch wieder sehr geil und Sansa war noch so ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen eifersüchtig, ja, und, aber ich denke, die werden schon zusammenhalten jetzt, ähm, auch wenn sich da vielleicht so ein bisschen natürlich noch kleinere Konflikte bilden, aber jetzt nicht so ein Major-Konflikt-Bild zwischen den beiden, das glaube ich nicht. Der Littlefinger saß dahin, war der Einzige, der so nicht so voll am Start war und gechiert hat, sondern er war da so, ah, finde ich das gerade geil, was hier passiert. Ähm, deswegen, wie gesagt, wird gleich da ein bisschen die Spannung, ähm, und die Intrigen im Norden halten in der nächsten Staffel. Ähm, ja, und dann haben wir halt noch, äh, Meereen, ne, natürlich. Denairus schickt, der, äh, äh, ja, lässt Darian und Harris zurück, der soll auf Meereen aufpassen, was ihr so semi-schwer gefallen ist, aber er natürlich scheiße fand, weil er natürlich sie auch irgendwie liebt. Was mich dann auch nochmal daran erinnert hat, wir haben, ähm, Jorah gar nicht mehr gesehen. Moment. Ja, seitdem er abgehauen ist. Bin mal gespannt, wann er dann, wann und ob er nochmal vorkommt. Ähm, ja. Wir finden jetzt aber, obwohl, nee, das kommt dann gleich, die, äh, Slaver's Bay heißt jetzt Bay of Dragons, by the way. Fand ich auch irgendwie nett. Und dann kommt halt diese Szene, wo, äh, Daenerys sich nochmal mit, äh, Tyrion unterhaltete und er sagt, ja, you're in the great game now and the great game is terrifying und so weiter und so fort. Was halt einfach krass war, Tyrion, ja, schwört quasi nochmal seine, ihr, seine Loyalität, weil er meinte, er hat nie an irgendwas geglaubt. Und jetzt glaubt er an sie. Fand ich irgendwie ganz cool. Ähm, der wird dann halt, sie hat auch so die Brosche gemacht und jetzt wird er halt direkt von ihr Hand of the Queen, wo gemerkt, gemacht. Was irgendwie, ja. Cool war. By the way, man dachte ja immer, die erste, äh, Königin des sieben Königreiches wird dann vielleicht Daenerys, aber das ist ja jetzt Cersei, ne. Soll man vielleicht auch mal nochmal so im Hinterkopf behalten. Aber ja, das ist so das, was da abgeht. Äh, am Ende singen sie los, aber vorher gibt es nochmal Dawn. Haben wir seit der ersten Folge, glaub ich, nicht mehr gesehen. Dawn, so. Äh, die, ja, Queen of Thorns ist ja so die letzte überlebende Tyrell, so mit. Und, ja, und die hat ja jetzt kein, nix mehr irgendwie. Ähm, trifft sich auch mit den Sand Snakes und ihrer Mutter und so weiter. Und, ja, die sind jetzt gegen Cersei und plötzlich, äh, meint sie so, ja, es geht nicht mehr um, also meint sie, die Queen of Thorns, ja, es geht nicht mehr um ein Überleben. In dem Endeffekt will sie halt wirklich nur Rache und so. Und dann kommt Varys plötzlich raus und meint nur Fire and Blood. Und, ja, das sind so die Verbündeten, die sie jetzt haben. Das heißt, war auch so ein, das war so ein kleinerer Mindfuck irgendwie für mich wieder. Also, jetzt, warte mal, jetzt hat Daenerys, ist jetzt einfach ein krass OP theoretisch, weil sie hat Iron Bonds. Sie hat, ähm, Unsullied. Sie hat Drachen. Sie hat, äh, Dothraki, die jetzt auch besser mit den Schiffen irgendwie klarkommen, wie man später nochmal gesehen hat. Und sie hat, äh, Dawn hinter sich und Tyrells. Und selbst wenn, pfff, die Tyrells, die hohen Tyrells jetzt alle tot sind, die Armee gibt es trotzdem noch. Das sollte man nicht vergessen. Dementsprechend. Ähm, und die haben eine große Armee. Also, ne, so gesagt, äh, das ist ziemlich krass. Das ist echt krass. Und dann segeln sie halt am Ende der Folge noch los. Was auch wieder so pseudo-unlogisch ist, aber ich fand's wieder ein cooler Moment. Und, ja, ähm, dass halt sie ein paar Schiffe haben mit Targaryen-Flaggen und, äh, Segeln vor allem auch, wird halt eigentlich theoretisch relativ lange dauern, so ein Segel zu machen. Und jetzt nicht nur so ein paar Tage. Oder sagen wir mal mehrere tatsächlich auch. Also, aber, ey, fand ich, fand ich okay, fand ich cool. Sah nice aus und, ähm, war ziemlich nice. Dann segeln sie nochmal los, hoffnungsvolle Musik und überhaupt. Und das ist eine echt große Flotte. Und Daenerys würde jetzt, denke ich mal, im Süden so irgendwo landen von Westeros. Und, ähm, am Norden haben wir halt Jon Snow und in der Mitte haben wir halt Cersei. Also, da wird jetzt diese drei Königsebenen wiedergeben und ziemlich krass. Und, ähm, ja, das war's. So mit dieser Folge war ziemlich nice. Ging natürlich auch 69 Minuten, war die längste Folge bisher. Ähm, ja, hat mir aber ganz gut gefallen. Und, wie gesagt, es gab einige coole Momente. Generell, die sechste Staffel hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Wie gut jetzt genau und so weiter. Ich muss das jetzt natürlich erstmal noch sacken lassen. Ich muss jetzt auch erstmal darauf klarkommen, dass ich jetzt ein Jahr lang kein Game of Thrones mehr habe. So. Also, ich werde, denke ich mal, im Laufe des Jahres irgendwann auf jeden Fall nochmal so Staffel 1 bis 6 so in einem Paket re-watchen. Früher oder später wird das passieren, das weiß ich auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich werde, denke ich mal, auch über das Jahr verteilt vielleicht nochmal ein bisschen was zu Game of Thrones machen. Vielleicht werde ich jetzt in den nächsten Wochen auch nochmal, ähm, mir ein paar Leute ranholen und einen Podcast machen. So allgemein zur Staffel 6 und vielleicht auch Staffel 7 quasi Predictions und alles nochmal das ein bisschen mehr im Detail diskutieren. So im Großen und im Großen und Ganzen. Quasi so die Staffel 4 hat sie uns gefallen jetzt auch, wenn man die ein bisschen sacken gelassen hat und so weiter. Ähm, ja, mal sehen, wen ich da ranhole. Ähm, müssen halt auch Leute sein, die auf Game of Thrones stehen, ne? Und, äh, ja, vielleicht klappt's, vielleicht nicht, mal sehen. Ansonsten hoffe ich, euch haben die Recaps gefallen. Ähm, das war für mich auch nochmal so ein Experiment, wenn man so will. Ähm, ja, ich hab's ganz gut überstanden, auch wenn es jetzt letzte Woche, vor allem mit Battle of the Bastards, leider ein bisschen gefailt ist und dann ein bisschen später kam. Aber generell war es auch da noch im Rahmen, weil die, der Recap kam ja immer noch in der selben Woche. So, und jetzt nicht Wochen später. Äh, es kam immer relativ aktuell. Oftmals hab ich's wirklich geschafft, einen oder zwei Tage später den Recap zu posten, nachdem die Folge quasi da war, neu war. Und das find ich schon cool. Und, äh, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war aber jetzt auch so ein bisschen, ich bin jetzt auch irgendwo für mich froh, dass ich das jetzt geschafft hab. Weil, ja, jetzt hab ich nicht mehr diesen, ähm, ja, was heißt Druck, aber dieses, diesen Anspruch an mich selbst, dass ich halt jeden Montag sage, ja, jetzt, äh, Game of Thrones, äh, Recap machen. Sondern jetzt kann ich halt mal auch wieder andere Projekte etwas noch mehr in Angriff nehmen. Nun gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch eure Meinung generell zur sechsten Season jetzt nochmal und halt auch Predictions für Staffel 7. Den Trailer werden wir wahrscheinlich erst wieder so, vielleicht Dezember, Januar, oder vielleicht November irgendwie so, wird so langsam losgehen, bekommen. Ähm, äh, ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen, ähm, ja, und schreibt natürlich auch die Meinung zu der Folge und wie sich jetzt alles ausgespielt hat, in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, ähm, ja, und vor allem zu treu auf Joy. Warte mal. Äh, ja, das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Wir sehen uns beim nächsten Mal.